Das mir selbst der 24. Platz da vorne fährt, das sagt schon wieder alles, ne? Weil die natürlich das Drift-Problem nicht haben. Ich frage einfach, es wäre nischt. Cheater. Und damit dann nun herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Motorsport 7 auf der PC Folge 45. Die letzte Meisterschaft, die Saison, ne? Könner-Meisterschaft, Könner Open. Ich möchte auf jeden Fall Hypercar haben. Und zwar möchten wir den Hua-Ira BC diesmal fahren. Ich könnte auch den Bugatti fahren, aber der muss dann runtergeregelt werden. Wir machen den Hua-Ira BC. Das wird ein rasantes Rennen. Es geht los mit Rio de Janeiro Küstenschleife rückwärts. Fünf Runden direkt, alter. Das wird auf jeden Fall nochmal eine harte Nuss, die wir jetzt in den nächsten zwei Folgen erledigen werden. Und dann können wir schon in die Profi-Meisterschaft aufsteigen. Und damit haben wir dann auch die Hälfte des Spiels erledigt. Zumindest von den Meisterschaften her, ne? So. Geht los. Es sind ja nur zwei Kilometer. Das ist ja eine recht kurze Runde. Diese Haare, ey. Nervt mich nicht. Boah. Äh, pervers. Alter, nein. Pervers. Ja, schön. Danke. Danke. Ich hoffe mal, es war nur ein Versehen. Und der fährt jetzt nicht immer so scheiße. Den Forza Horizon 3 fuhr der auf jeden Fall super. Ist das ein V-Raw in Chiron-Lackierung? What the fuck? Ja, das ist auch recht schwer zu kontrollieren. Sag mal so. Aber es geht noch. Ja, als ob der sich jetzt herbsetzt oder so. Ja. Ja, es geht aber. Oh Gott. Oh. Ah, ah, ah. Alter, ich dachte, Schaden ist nicht an. Alter, nicht. Das ist zu viel. Alter, komm, mach doch nicht diesen. Hab doch mal Grip. Ja, zweiter Platz erstmal nur. Das ist für uns auch nochmal eine Kategorie, die wir sowieso noch nie gefahren sind im Spiel. Deswegen sind wir da natürlich auch noch nicht so zu dran, ne? Und der geht halt auch ab, die Scheiße, ne? Das ist halt das Ding. Er muss halt wirklich mal ein bisschen langsamer vor der Kurve schon werden. So, nämlich. Ah ja, anstrengend, 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 anstrengend. Alter, in dem Spiel fährt der ja echt scheiße, ne? Der war so geil in Forza Horizon, ne? Und hier ist das echt, als ob sich jemand in der Programmierung ein bisschen vertippt hat, ne? Ah, jetzt kann er nicht mal mehr geradeaus fahren, ohne wegzudriften, oder was? Ja, dass der da vorne so weg ist, das ist schon krass, ne? Der hat es uns echt gegeben, diesmal. Aber wieder alles in Sachen eingewöhnt, ne? Jetzt geht es schon ein bisschen besser. Boah, wir kommen eigentlich nicht an den Rand, ne? Der entfernt sich ja noch weiter. Das ist schon die letzte Runde, das heißt, er ist schon im Ziel. Gut, so eine kleine Strecke ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, auch für so ein Auto, ne? Aber... Okay, zweiter Platz fürs Erste. Ist es jetzt mal in Ordnung, ne? Also, da müssen wir natürlich noch ein bisschen nach einem Potenzial nach oben glotzen, aber, ne? Ja, ein Power schon an 18. Ja, für den Königsecker Gera ist Vorletzter geworden, ich bin enttäuscht. Ah, der... Naja, wahrscheinlich kommt es dann mit der Power nicht klar, ne? Ich meine... Wir brauchen jetzt auch dringend wieder Geld. Das Problem ist, ich kaufe mir eh mal die Autos, weil die einfach so geil sind. Okay, den hole ich mir nicht. Den hole ich mir echt nicht. Den hole ich mir wirklich nicht. So. Nördlicher Korkens hier auf der ersten Marina Strecke. Oh, ja, fünf Runden, Mann. Das sind immer nur diese kleinen Dinger hier. Schade, weil das Spiel weiß ja halt auch nicht, was ich nehme, ne? Wenn ich so richtig Schrottdinger nehme, kann der mich ja nicht auf die Nordschleife schicken, ne? Kann er schon, also... Aber, ja. Schade, nur für kleine Sachen ausgelegt. Wir können natürlich auch mal ein bisschen den Autos durchswitchen. Oh, ein Veneno. Er hat ein extrem kurzes, äh, ne? Getriebe, so. Ja, der ältere Pagani-Sonder kickt mich raus. Ja, sicher prallst du dann da noch gegen. Ja, jetzt prallst du da gegen. Ist ja klar. Jetzt prallst du da gegen? Bist du komplett behindert, du Sack? Alter, was ist das denn? So, aber der erste gehört uns und... Ah, der ist immer noch da, der wird letzter. Easy. Ja, damit ist der schon mal als Konkurrent raus. Ja, obwohl die gerade nur so kurz sind, der Wagen beschleunigt auf abnormale Speeds hier, ne? So. Ja, moin, der Wagen lenkt halt selbst mit diesen Spoilern da hinten. Krass. Da sind Klappen. Ja, steht der da immer noch? Das tut mir jetzt schon fast ein bisschen leid. Toll. Oh. Ne, das ist ein anderer. Okay. 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 Ja, aber so eine Ultrasportwagen, muss ich ganz ehrlich sagen, fahren sich leider echt nicht gut in diesem Spiel, ne? Ja, da steht ja schon wieder einer. Ja, das ist ein anderer. Ja, das ist ein anderer. Was ist denn der? Das sehe ich nicht. Das mir selbst der 24. Platz davon fährt, das sagt schon wieder alles, ne? Weil die natürlich das Drift-Problem nicht haben. Ich frage einfach, es wäre nischt. Cheater. Achso, der hat sich jetzt auch irgendwie dahergestellt, oder was? Ach ja, der Grüne. Haha. Bis vorne sind Klappen, ey. Okay. 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 Und jetzt kommt's? Okay. 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 zug Oh komm, die letzte Runde hier lassen wir uns doch nicht nehmen. Haben wir. Super. Ciao. Ist das zweite Rennen? Wir wechseln mal das Auto, würde ich sagen. Was haben wir denn dann noch? Wir haben noch einen Porsche 980. Ich hätte gerne einmal mit allen. Ich würde schon gerne Bugatti fahren, aber der ist halt so schwer. Der wird auch nicht so gut fahren, ne? Wir müssen es mal durchprobieren. Wir müssen es echt mal durchprobieren. So. Ja, give me the coins. So. Okay. Was haben wir noch? Wir haben den Porsche 980. Spider mit Allradantrieb. Oh, ist doch schon mal gut. Probieren wir den nochmal. Wir haben auch den Senna mit Heckantrieb. Aber ne? Den Hennessy mit Heckantrieb. Wir haben den Bugatti auch noch. Wir nehmen mal den Porsche, würde ich sagen. Und zwar auf dem Circuit der Catalonia. Auf der nationalen Strecke. Allradantrieb. Dann wissen wir ja, dann brauchen wir nämlich auch gar keinen mit Heckantrieb holen. Wir nehmen uns nochmal, also. Vier Runden, auch nur 3 Kilometer. Das sind eine große Strecke. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Gucken wir mal. Das ist ein Hochdrehtzahler. Und made in Germany. Jawohl. Jawohl. Der Porsche wird's schon richten. Denke ich mir dann so. Ich finde den Veyron in der Chirohr-Lackierung einfach zu geil, muss ich sagen. Weg da, wenn du zu lahm bist. Er ist viel stabiler, Alter, ne? Er fährt so viel besser als der Pagani gerade. Na fuck, Alter, ich muss da hin. Mann. Fass dich doch mal. Jetzt mach doch mal deinen Job. Was macht ihr denn? Komplett raus. Alter, der Bremspunkt hab ich gar nicht im Blick. Mann. 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 Ey, Mann. Untertitelung. BR 2018 Nicht drauf. Hallo, willst du lenken? Um 90. Den kriegen wir doch nicht mehr. Den kriegen wir doch nicht mehr. Den kriegen wir doch nicht mehr. Einmal mal so. Hi. Ach du. Oh, kacke. Ach, natürlich kommt da die Kurve. Ach, der Vulkan, ne? Das ist schon so ein kleines Streckenmonster. Und noch eine Runde. Und jetzt vorne bleiben. Oh Gott, der arme Porsche. Tut mir schon fast leid, ey. Scheinendet. Und jetzt mal vernünftig. Nein. Perfekt. Der Kurve nochmals am Abschluss. Und das war's für diese Folge, Freunde. Drei Rennen war wieder erfolgreich absolviert. Und wir behalten erstmal den Porsche 9, 18. Eider. Und mit dem gehen wir dann in der nächsten Folge die letzten drei Rennen dieser Saison. Und damit auch in den letzten drei Rennen der Körnermeisterschaft. Und in der übernächsten Folge geht's dann weiter mit der Profimeisterschaft. Freunde, vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.